Yo, was geht ab, Leute? Schönen guten Morgen. Heute wird ein sehr, sehr interessanter Tag und zwar werde ich mein ganzes Zimmer umstrukturieren. Dann werde ich da gleich nochmal kurz einleiten und zwar, was alles geschehen wird. Ich brauche unbedingt einen größeren Schreibtisch. Das ist der ausschlaggebende Grund, warum ich mein ganzes Zimmer umstelle. Ich sage euch jetzt, was alles wegkommen wird und zwar, dieser Schreibtisch kommt weg, dieser unaufgeräumte. Dieses Kastel hier kommt weg. Der Fernseher, der kommt auch weg, den schenke ich meinem Dad, weil ich nie fernschaue. Der war das letzte Mal auftritt im September oder August letztes Jahr und das ganze Bett kommt weg. Weil gefühlt, seitdem ich keine Freundin mehr habe, benötigere ich hier die andere Seite nicht mehr von meinem Bett, logischerweise. Ja, wenn ihr euch fragt, wo ich dann pennen werde, ich werde am Boden pennen. Ich werde auch noch so ein Vorher-Nachher-Video machen, wie es jetzt aussieht und wie es dann danach aussehen wird. Werde es euch dann zum Schluss einblenden. Bleibt bis zum Ende dran, dann seht ihr das Vorher-Nachher-Video. Bis dahin, gibt es erstmal ein gutes Essen von der Mom, dann sehen wir sich später wieder. Irgendwann im Möbelhaus oder beim Essen, ganz egal wo, aber wir werden sich sehen. Ich träume immer noch vom Haus in den Hills, vom kalten Drinks. Leute, ich habe jetzt einen Schreibtisch geklitten, ich werde euch den dann zeigen und ihr müsst dann raten, was der gekostet hat. Krass, echt, echt krass. Die zeige ich euch dann. Bis gleich. Jo Leute, das wird mein Möbel schreibtisch sein. Crazy, echt crazy. Schreibt mir in die Kommentare, schreibt mir privat, was ihr denkt, was er zu viel gekostet hat. Und die Auflösung werde ich dann auf Instagram veröffentlichen. Insane. Krasser Preis. So Leute, wir haben bereits Willkommen mit der Umstrukturierung des Zimmers. Wie man erkennen kann, ist das Bett schon weg, der Fernseher hängt schon draußen im Wohnzimmer bei einem anderen Tag. Und die Kommode da unten ist auch schon weg. Da war ein Arbeiter da, der hat sich das mitgenommen. Ich habe das Opelarm inseriert gehabt zum Verschenken und der hat sich darüber gefreut. Genau, ich habe ihm gesagt, wenn er es abmontiert, dann kann er es haben. Er hat sich sehr darüber gefreut, habe ihm dabei etwas geholfen, aber ich bin jetzt ja nicht der Typ mit den besten handwerklichen Begabungen. Aber ich habe ihm da geholfen, das alles herumzutragen. Sonst, sehen wir uns später. So Leute, wir gehen jetzt aufs Training. Heute mit meinem Kassai, mit dem Daniel. Und ja, würde sagen, auf geht's. Kommt das Ende meiner Missgunst. Ich weiß, wofür ich das hier alles mache. Ich mag's für mein Herz und klar, ich mag's natürlich auch für Patte. Damit ich jeden letzten meiner Homies freikaufen kann. Und dass ich ohne Kontochecken nochmal einkaufen kann. Und jedes Klopfen meiner Nachbarn, weil ich beim Recorden wieder mal zu laut war. Motiviert mich weiter und ich bleib immer laut, weil ich hör nicht auf. Und eines Tages wird mein Traum warm. Vom Haus in den Hills. Von kalten Drinks und Steaks auf dem Grill. Und jede meiner Zeilen wird irgendwann mal von Bedeutung sein. Das sind sie heute schon und kein Daumen macht meine Deutung klein. Ich kann nicht gehen, bevor ich's nicht geschafft hab. Weil nicht das Leben, nein, der Tod ist hier der Bastard. Er hat mich umarmt und meint, dass es gepasst hat. Und alles, was ich glaubte, war, was ich noch nicht gefasst hab. Heute fass ich's, immer noch nicht. Jeder sagt mir, was ich machen kann und was nicht. Sie mögen keine Rapmusik, also schreib ich ein Gedicht. Josian Rhapsody mit Feder unterm Kerzenlicht. Jo Leute, auf geht's, wir holen den Scheibtisch ab. Ziemlich nass. Zuerst geht's zum Lutz, da holen wir sich den Bus. Und, also so einen Kastenwagen. Und dann geht's weiter. Dann holen wir sich den Scheibtisch. Bis dann. So Leute, wir haben sich jetzt den Kastenwagen ausgeborgt. Da steht das gute Ding. Jetzt machen wir sich auf den Weg und holen sich die Möbel. Genau, das heißt, wir sehen sich dann später wieder. Leute, gebt euch das mal, wir haben sich den Kastenwagen ausgeborgt. Und hinten am Kastenwagen war so eine Derbe-Delle. Und wenn da der Wind durchgeströmt ist, hat das richtig, richtig gedonnert. Hört euch das mal kurz an. Ich lasse sich da einen kleinen Ausstieg trennen. Holy shit, also die Fahrt war eine Katastrophe auf der Autobahn. Gebt euch das. So Freunde, wir stehen bereits bei der Warenausgabe. Holen sich jetzt den Tisch ab. Und dann später geht's dann ab. Dann fahren wir Richtung Stockrauer. Werden wir den Tisch aufbauen. Und dann nehme ich euch auf jeden Fall mit. So Leute, wir haben bereits die Tische abmontiert. Und werden sich erst dann gleich mal in den Kastenwagen einlagern. Bin schon echt gespannt drauf, wie das dann zu Hause aussehen wird. Stay tuned. Die sind angekommen. So Leute, kein neues Update. So sieht's dabei aus. Hier stehen dann die beiden Vitrinen. Ja, wir sind noch nicht fertig. Yo, Freunde, wir sind mit der Zimmerumstrukturierung fertig. Jetzt in Anschluss seht ihr dann gleich das Vor- und Nachher-Video von meinem Zimmer. Es war eine Menge, Menge Arbeit. Aber, wie gesagt, wir haben es erledigt, wir haben es geschafft. Und der Grund, warum ich überhaupt das ganze Zimmer umstrukturiert habe, ist ja, weil ich einfach diesen Platz benötigt habe. So, ich werde dann höchstwahrscheinlich auf die Universität kommen. Also, ich habe da echt Bock drauf. Ich mache dann die Studienberechtigungsprüfung und hoffe, dass das soweit als möglich alles gut laufen wird. Und habe da echt voll Bock drauf. Das ist auf diesen kleinen Schreibtisch einfach nicht möglich gewesen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was kann ich tun, was kann ich machen. Wo ist das Problem? Ich hatte einen kleinen Schreibtisch. Wie kann ich es besser machen? Und dann dachte ich mir, yo, hey, ich muss ja das Doppelbett rausbekommen. So, weil es ist halt so viel Platz, so viel unnötiger Platz, der verschwendet wird. Und dann, ja, dachte ich mir, yo, Doppelbett muss weg. Ja, ich muss sagen, Fazit, ich schlafe jetzt seit genau fünf Tagen nicht mehr im Doppelbett. Und ich schlafe hier. Die beiden Matratzen, die liegen hier einfach so am Boden. Und ich muss sagen, es ist schon eine Umstellung. Aber, yo, ich denke mir dann einfach immer, es gibt Menschen da draußen, die würden sich über das hier freuen. So, das ist halt immer noch Luxus so. Aber das wir halt einfach nicht sehen, so weil wir sich denken, ja, es ist normal, dass jeder ein Bett hat. Es ist normal, dass jeder ein Dach über dem Kopf hat. Aber nein, ist es halt nicht. So, du lebst halt eigentlich in einem Luxus, aber du weißt es oftmals gar nicht. Genau, aber egal. Ich werde mir jetzt noch hier mein geiles... Ui, das raucht richtig, mein Sandwich reinpfeifen. Gebt euch das mal. Oh, da ist geiler Lachs drinnen, Eiweißbrot mit Ei, also so ein French Toast. Ui, ja, ja, richtig nice. Es riecht der ganze Lachs raus. Nice. Und, Mh, beste Getränk. So ein Solar Zitrone in der Dose. Gebt euch das. Oh, yeah. Stößchen auf euch. Ja, auf jeden Fall, würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Vorher-Nachher-Video. Viel Spaß. Ciao, babbel. Cheers, 용ne. Tschüss. So are ihr auch immer mit mir? No, Mona'll da. Bis jetzt. geht жить, đến minha��고. Euro. Auberg. reichs. Be stitcher, Some jokes können. Alrighty score. See ya. De delay sieht观. больш low vista. Bis zum nächsten Mal. 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 Auf jeden Fall, ich bin richtig, richtig happy. Schreibt mir, wie gesagt, unten in die Kommentare, was ihr besser fandet. Das vorher, das vorige Zimmer oder das Zimmer, wie es jetzt ist. Sonst würde ich sagen, ihr kommt hier zum vorherigen Vlog. Dort könnt ihr mich abonnieren. Und da unten kommt ihr zur Podcast-Playlist. Lasst eine große Bewertung da. Leute, stay tuned. Ciao, ciao.